Die singenden Nonnen haben Hamburg erreicht und die singenden Ganoven auch. Teti Mierendorp spielt in Bones im Musical Sister Act. Mit DIGGA TV spricht er über die Liebe zur Hansestadt und Vorbilder vom Kiez. Ich habe dann gedacht, okay, Musical macht Spaß, aber ich möchte in Hamburg wieder was machen. Und war ja schon fünf Jahre hier im Operettenhaus bei Cats, hatte in der Booth gesungen. Und ich wusste nicht so wirklich, worauf ich mich da einlasse, weil ich zwar den Film kannte, aber nicht die Musical-Fassung, die ja in London schon lief. Und bin dann so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, habe dann am Vorsingen teilgenommen. Und nach der dritten Runde haben sie mich dann auch engagiert. Die Inspiration für die Rolle hat er sich von Hamburgs Sündiger Meile geholt. Ich habe ja schon einige Jahre hier auf dem Kiez gearbeitet, im Imperialtheater bei Cats. Und da kriegt man natürlich einiges mit, wie so die Jungs ticken hier. Im Tivoli habe ich viel gespielt und bin dann natürlich mit Leuten auch in Berührung gekommen. Und ich habe da ein bestimmtes Vorbild hier auf dem Kiez, nachdem ich mich so ein bisschen richte, so vom Habitus. Aber ich verrate nicht, wer das ist. Das könnte Ärger geben. Und hier auf dem Kiez legt man sich besser nicht mit den Leuten an. Vorher spielte Täti im Kölner Musical Hairspray. Ich will nicht sagen, dass der Bösewicht mir mehr liegt, aber es ist mal was anderes. Also nachdem ich letztes Jahr nun die warmherzige Mutter gespielt habe, war es schön, jetzt natürlich mal wieder das Kontrastprogramm zu machen und den harten Kerl zu geben, musste ich mal so ein bisschen wieder meinen Hormonhaushalt ins Gleichgewicht bringen. Achtmal in der Woche hat man nun die Chance, Täti auf der Bühne zu erleben. Karten gibt es direkt im Operettenhaus und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Karten gibt es direkt im Kölner Musical Hairspray.